Hi, mein Name ist Matthias und herzlich Willkommen zu diesem Video. In diesem Video lernst du, wie du mit ChatGPT brainstormen über ein Thema oder eine Kategorie machen kannst. Bevor wir nun mit diesem Video starten, hier noch ein kleiner Hinweis. Hünschst du dir zu einem Thema ein Video, so schreib es doch in die Kommentare. Wie du siehst, befinde ich mich in der Arbeitsoberfläche von ChatGPT, was du hier genau alles finden kannst, erfährst du in anderen Videos, die Videos sind in der Playlist zu finden. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, was Brainstormen mit ChatGPT eigentlich bedeutet. Befasst man sich privat oder beruflich mit einem neuen Thema, so ist es immer wichtig, vorher zu brainstormen. Das heißt, was beinhaltet das Thema, was soll mein Ziel sein und welche Nischen oder Sonstiges gibt es. Das heißt, man möchte einen groben Überblick über das Thema haben. Dies kann man allerdings nur, wenn man vorher sein Ziel kennt. Das heißt, kennt man sein Ziel für einen etwaigen Zweck, so kann man nun brainstormen, wie dieses Ziel am besten erreicht wird. Hierzu kann man ChatGPT nutzen. Gut, wie machst du das nun? Um dies zu tun, habe ich mir hier einen Befehl vorbereitet und zwar erstelle mir ein Brainstorming zum Thema Online-Marketing in Bezug auf Reichweite meiner Webseite. Du musst in diesem ersten Befehl gar nicht so viele Informationen preisgeben, denn es reicht, erstelle mir ein Brainstorming zum Thema und im Anschluss beschreibst du das Thema. Wichtig dabei ist, dass du das Thema hier reinschreibst und dann auch, wo du es anwenden möchtest. Schickst du nun diesen Befehl ab, so erhältst du einen kurzen Überblick, welche Möglichkeiten hier es zu diesem Thema gibt. Das heißt, in unserem Fall, wo es das Thema Online-Marketing in Bezug auf die Webseite betrifft, werden mir vorschlagen die SEO-Optimierung, Content-Marketing, Social Media Marketing und so weiter. Sprich, ich habe nun viele verschiedene Möglichkeiten, in welche Richtung ich mit meiner Aufgabe gehen kann. Möchte ich nun hier zu den jeweiligen Punkten, wie erstens SEO-Optimierung, Content-Marketing und Co. ausführlichere Informationen haben, so muss ich dies in einem zweiten Befehl machen. Hierzu habe ich mir ebenfalls einen weiteren Befehl vorbereitet und zwar schreibe mir mehr Informationen und erste Handlungen zum Thema Suchmaschinenoptimierung, SEO, mit einer Erklärung des Themas und der einzelnen Schritte. Das heißt, ich steige nun vermehrt in das Thema ein, welches ChatGBT mir hier aufgelistet hat und möchte erste Schritte zu den Handlungen bekommen. Klicke ich nun hier auf Senden, so werde ich nun mehr Informationen, was Suchmaschinenoptimierung eigentlich bedeutet, bekommen. Ebenfalls bekomme ich die ersten Handlungen, welche ich machen kann. Diese kann ich nun in mein Brainstorming mit einfließen lassen unter dem Reiter SEO-Optimierung. Das Ganze kann ich ebenfalls mit den ganzen anderen Punkten ebenfalls machen. Das heißt, zusammengefasst möchtest du über ein neues Thema mit ChatGBT brainstormen zur Frage als allererstes, dass er dir ein Brainstorming zum Thema XY erstellen soll, damit du einen Überblick bekommst und im zweiten Schritt kannst du zu den einzelnen Punkten, welche für dich ansprechend sind, genauere Informationen mit dem zweiten Befehl bekommen. Nun kannst du das für alle Punkte machen und im Anschluss hast du eine ausführliche Brainstorming-Liste, wo du nun deinen Weg für dein Ziel einschlagen kannst. Zum Schluss dieses Videos noch eine kleine Empfehlung meinerseits und zwar möchtest du dein ChatGBT-Wissen auffrischen oder weitern, so empfehle ich dir den ChatGBT-Einsteiger-Kurs von iLearn. Dort lernst du in aufbauenden Modulen das ganze Wissen rund um das Thema ChatGBT. In jedem der Module bekommst du zahlreiche Downloads im Form von Übungen und sonstigen Hilfsmitteln, welche dir zur freien Verfügung stehen. Am Ende des Kurses kannst du dein erlangtes Wissen auf die Probe stellen und dir bei Erfolg dein ChatGBT-Einsteiger-Kurszertifikat für deinen Lebenslauf abholen. Abonniere euch diesen Kanal für weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich freue mich auf dich, dein Matthias.